Denn Junge, alter Junge Was denn? Geil! Guck da! Alter fuck Hallihallo und herzlich willkommen zur... Welche Folge ist denn das? Keine Ahnung, fünfter Vierte, fünfte Ja, vierte, fünfte Folge Und zwar Scaleblog mit dem Dark-Minecrafter und Lp-Adventor Der Max Oder Tom Hallo Ich habe gerade gesehen, die Melone ist gewachsen, das ist sehr gut Ich würde sagen, ich würde jetzt anfangen, das Feld zu vergrößern, oder? Ja, Alter, mit so einem Minifeld können wir niemals lange noch umkochen Ja, genau, und wir haben das dann das Geld, also let's go Alter, ich glaube, das ist der Spruch des Tages Ähm, gib mir mal zwei Melone Kann es mal Dings kaufen gehen? Wie viel? Okay, warte Geh mal Knochen bitte kaufen Okay, es bauen Ähm So, da würde ich sagen, wie machen die Felder jetzt? So, ich habe nämlich genau zwei und drei, wo es kommt, ist doch Kein Sokol-Verkauf auch da oben So rechtblick drauf, dann Was rechtblick drauf oder linksblick? Keine Ahnung, bis es weg ist Ach Ja Jetzt habe ich zehn Geld Worte mal, wo sind jetzt die Knochen? Muss man suchen Ja 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 Alter, wie das einfach mal leg Nee, das ist immer kacke in der Lobby Ich habe das Ja Ich habe das Ich habe das Ja 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 Ich bin Ich bin Ja um mehr das geht nicht schade schade ich hole jetzt auch bei uns abziehen gilt gut und durchschwingen das ist die vielleicht bei mir drauf machen um ja kann es in den Rucksack liegen von unserem Freund Prozent wie in jeder Folge der Zerbholz nach Jörg Steinkloppen Summe kommen kann man Prozent von mir auch auf den auf den Baum machen ja kann man mit dem Druck aber verkröpter die Fläche okay dann lebt es gut welcher Lötchen Steine ich habe auch 8 9 alles ist zurzeit zu bringen wir sind zurzeit so gut er so ach so oder das ist Dings Gartenkiste ich habe preizt nicht vor kurzem hat die Fläche an der umgarten ist es auch Essen Kiste oder aber nur das was wir umgarten formen so groß ja er hat sich ein bisschen riesengroß machen eine Fläche wurde dann halt so immer diese Bäume Pflanzen doch ich bin so ein Idiot jetzt hab ich das Ding abgegeben ey Warte ich muss noch ein bisschen größer machen ich hab nämlich keine Steine mehr ja ähm Junge alter Junge was denn geil guck da alter fuck alter eigentlich ist das auch unpraktisch ich war nahe so einen kleinen Baum haben aber er war jetzt mehr holz ohne Ende hin wir haben es sein das Geld ohne Ende ich brauche ein stein ich glaube es lohnt jetzt nach zu machen oder ja mach so einer mir kann es mir drei er die Worte Prober noch wo sich eine Spitze nach hier er wird sich von der Sauber kann was kann das alleine was hat kaum ich hab's bei und das Geld das Geld eher weniger der Schildschutz seit gar kein Geld hier hatten da ich habe auch kein nicht mehr ziehen so ich hab drei Koppel in der Kastgele jetzt habe ich noch mehr jetzt habe ich auch drei Koppel Verwarten den Melon-Sieter getan in den Rucksack Baut das wieder an Alter gebraucht und ja ich muss das mal Holzform um die Fans sie ist zu machen Komponente kommt um das Ding ab hier das war das ist unter Pflicht von den Sietz Prozent wenn er für den Sepplings Leute wie können wir das die Klinik mehr ich auch wir kommen jetzt so hoch wenn es das mit erde machen aber nur mehr oder mit Koppel und so vor er bekommt er länger abzubauen nah und mir kommt es um nochmal er vielleicht sollte man Erde kaufen möglich wäre auch soll ich dann noch ein halbes der Koppelform gehen oder dass mich das mal machen dass du wieder ausbauen kannst ja aber ich brauchte zu stunden dazu kommen wird auch kommt nur ich sie gerade ja nicht hier so kann er trotzdem stimm haben sie kommen hämischen sich im abgeburt als das jetzt ernsthaft nach wird es wird kontaktiert werden alter wie geht es sogar los wie der ist es herrlich ich suche Freunde Macher ich heiße David wenn sie man 20 Jahre alt ich habe ein Körpers als Kopf man nennt mich auch Kürbenskopf ich habe ein Körpersstein ich glaube das müsste alles sein Alter das mit dem mit dem Bohnen ist einfach so abartig effektiv für den großen Baum total hässlich mehr als die Nerven voll weiter das noch mehr Hölzer er stellt doch einfach Einstellung auf schön Möchel Möchel schön und es leckt nicht so was könnte ich mir zu machen mal nach dem auch ich hier noch schnell das Haus das so war das Portmach so jetzt hat mich noch ein Stein ein Stein Albert Einstein er kann nur sind seitdem da um zu setzen er ist jetzt nicht zufrieden sein aber auch ich erst um mehr dann mit 4 er der jetzt geht es kommt der Börner jetzt kommt er mehr hat nur noch pass auf wenn wir am 1 6 und 8 holz Prozent weil wir müssen noch mehr holz geht ja auch nicht 2 weil wir so prämieren müssen haben jetzt ohne Holzblock neben und Protest stehen wenn wir werden er hat erwartet ja auch unterliegt doch nicht doch hier ich gehe mal wieder und verkauft doch verkaufen und da bin ich genug ja trotzdem er hat kommen und vielleicht was kannst du noch kaufen oder warte mal dass man holzkohle machen und verschmelzen das ein er wurde so ich habe ja auch die mehr fichtiger und eigentlich ist ja das macht wohl übelst viel Spaß die abzubauen mehr alle Juhu folgten geile Bäume und johann kein auch ein Geiler und ja auch schon ist geiler hochbaum so ich mach mal fünf Schlecker den Baum Prozent stellen wir vor den linken hat so noch innen hat er jetzt wo man ja der bote ist dann durch deine zunge der wohnt dann da drinnen heute mal ich wollte es mal hin kann es mal sand kaufen gehen für glas sand geholt s a n t sand er das sind sie bringen oder gefallen m2o x applings er ist alle er ist wie wir richtig zweck hätten weil er kann es mir das mal geben den kugel wo bist du ich bin jetzt am sporn ne gut dann würde ich mir noch schnell halben steck geht ja schnell ne weil er entweder dunkles Holz der Geil also so 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 Tannenbäume und halben Prozent an der Beine ich so gerade wie viel Sandkopf ja also der Praktorschwein hätte ich nicht krank schützt geile Idee wenn ich direkt glas finde soll ich direkt glas oder mehr ich glaube Sand ist effektiv muss man gucken ja da oben ist Sand für 50 kriegt man 16 WTF und für glas wieviel kriegt man da mal gucken schau mal ob es überhaupt Sand gibt äh kannst du mal bei verkaufen bitte gucken äh was du für dieses Zuckerrohr kriegst Yolo ne weil da fahren wir viel oder keine Ahnung von Körbis oder irgend sowas was wir nicht brauchen körperlos Opfer sie die Europäule knie wie sechs Jonge ein paar jungen Lied Alivan Tukini ihn für die Indie Welt M4 32 Körbese Körbese wir auch 15 Euro ja wir haben noch zwei und 30 Körbisse, genau ey ernsthaft? verarschen? alter 64 Zuckerrohr kriegen wir 10 Euro alter für 32 Äpfel 15 Euro für 64 Euro 5 Euro ja guck mal, vielleicht kriegen wir uns Bonn einen Huhn in hohen Wörter, das kostet glaube ich schon mal. Ja, na und? wir haben stellen das Geld, also lass mal kaufen ein Huhn kostet 100 naja, dann komm wir machen jetzt wir unten geht es auch noch weiter lass mal eine Form voll gemacht so, wir brauchen nur noch 90 wir können uns Pferde kaufen naja, ich gucke gerade, wie viel das kommt 1.000 Wetten oder 500 oder sowas abartiges ich bin, glaube ich, ein Wolf kostet schon 1.000 über eine Art kostet 3.000 Loll ja klar, aber, er fällt das runter bis ich bis ich beton das so ja ich habe jetzt mal meinen Koppelstone verkauft, und hab dafür 10 Geld gekriegt ja lasst es mal, lasst mal warten ja, aber lass immer mich das Zeug verkaufen es wird nämlich schon was verkauft kreisch, ich habe gekleckt ich bin sehr ehrengelehr ich hier kann man damit runterkommen ist und von ich habe es schon 44 Liter ich stelle das auch schön um das Jahr ich könnte er kriegen ich habe doch ausgemacht einfach so Joko das ist alles gelten was hat jetzt Geld mit Steyr er hat er hat er mal was hat zu tun aber wo er ist er auf dem Sack geht es im Hintergrundbild die ganze Zeit wechselt ich bin nicht vorbildet ich will aber wollte ja habe ich auch mal gemacht haben wir ja alle flüssiger naja ich habe 90 FPS und Zockerfolge ich bin er mir nicht ist gar nicht angezeigt ja das sieht man doch auch bei Fraps links oben in der Ecke ja ich habe gesagt dass sie jetzt nicht anzeigen ich habe jetzt 12 14 so ich habe jetzt 63 und Fug Fug das verbrennt alles 64 und ein Steck ok warte ich gebe den Steck ich habe jetzt ein Steck und 9 immer verkaufen oder wird er hat er hat er was noch nicht noch nicht noch nicht lassen wir noch den anderen Teilsteck machen Worte ich habe jetzt 19 also brauchen wir insgesamt noch ein so Worte hier sieben die Europäule wie fährst du um 27 K 29 Streifen er wird hier 31 also das gibt mir jetzt jeden einzelnen Alter scheiß drauf er wird uns nicht nur noch 2 so und ab dafür wir haben jetzt wir mit 40 oder um um doch du hast zehn und dann nochmal 30 sind bei mir 40 immer tun ich habe jetzt 34 also ein Steck und 34 und du hast schon zehn Geld ach so ja das meinst du ja so ich habe gedacht du redest gerade von Koppelstorne ein doch hoch Pro Motte hier ja scheiß Mathe das war die ist nur 3 Koppel in der Kiste ja ich habe jetzt vorzustellen okay wir brauchen nur 60 ja komm das ist die Folge noch machen dann Baum und Hühnchen Käfig dann bin ich der Form zu der Architekt ja also wir brauchen noch 40 also noch zwei Sticks als eigentlich müsste man hier so ein Sklaven einstellen können irgendwie so ein Äffchen Kraft und dann was er wenn ich betrachte es auch schon vor manche weiter mit meinem Haus brauchst du Holz nee komm das machen wir haben sein das Geld mir jetzt richtig sein mit ganz viel Holz ich mach mal Kohl wir haben schon genug Torko naja trotzdem nie genug aufgrund der ist jetzt genommen ja er geht mal immer wieder rein KM 5 und dann hier noch 7 KM 5 KM 5 KM 5 ja scheiße ich bin seitdem ich habe auch 4 Uhr wieder ich habe jetzt sieben er liegt in die Kippel in den Rucksack das macht es ich will jetzt ein Holzgriff machen und kein Stick ich bin so ich bin so ein Produktiv wach mal ein paar Steck ja Spitzocker das heißt in die jene in den Rucksack die Sepplinks okay warum junger kriegt man es liegt mal rucksäck ich will mal sehen wir für haben oder gibt man mir doch schon reingelegt was soll der wm 16 glaube ich von der 16 und egal dabei wo uns das wohlstand wir haben 20 oder wir haben 25 bonnie zwei kackten 11 sugarcans wie gesagt zwei pilze wir brauchen noch einmal sie wenn man sie jetzt in 16 hochzett links über hat warte kommt der unten die erste und wie viel kommen 6 und 20 das mitgeben warum denn ich sehe wie viel wir haben doch immer gibt die mir auch ich habe es jetzt auch gar keine kriege sind alle verbrannt oder das aufgesammelt er soll auch so ich habe es in der fünftigen ich habe jetzt 2 3 ja ich denke wir kriegen die vollen noch in hühnchen amok er kommt das anstrengen weil ich noch mal schon mal jeder ich mach mal ein bisschen leid hin weit war es von weit mehr helles leid aufgrund eine Wende zwölf Kohler zum Partie die Mai er hat gerade mal ein Raum von er jetzt jetzt auch zu erlangen ja jetzt bin ich alle und vorher wenig vor Ort da kommt auch keine Worte auf den Karten 3 2 2 1 Leitling mit Klin oder wie ist er Fabian mehr hier der komische von Kors Lighting McQueen oder irgend so was allein wo ich bin gut oder nicht ihr Auto ja Kors sind Autos also und sprechen auch das mit mir weg neuer Kastik und gestern mit Reifen Schlecker der Reifen was eigentlich der Markt für den Lehrern Prozent für sich und machte Naja ja und für neue wenn ich immer schießt dass sie lange so diagonal zu mir läuft hier der Gaube und hier habe ich ja er weiß es nicht fehlen wenn ich das zu werfen zu über diese Kante drüber wie viel das auch noch ist ein Steck und 32 habe ich gleich meine Spitze ist kaputt gemacht als Bezahler und die ist zum Prämium aber die ist fast kaputt er guck mal ja das ist der Loto für diese Folge guckern du musst es film okay alter wie riskant das einfach ist dass ich hier so so einen ganzen Steck Holz mit mir rumschlepp bei wir haben es da ja ja wir haben es halt das Geld er ist ein Mikro ist der Volk und Brommer er ist aber auch so es ist jetzt nicht so dass es alles ausgedacht ist ja und vor allem du musst mal von dem Rucksack angucken der ist so prall gefüllt er das ist ein Richtiges Lunch Pakete er Apropos brüchner dort mit dem Taktus weg dort waren Prozent da beißen als Apropos das ist gut das ist der Hauptkarte genommen auch da kann so und das war auch bei der auch sollte das mal verkaufen gehen was ins Deck und 32 ja noch mal doch noch ich will sehen er ist es in der Weile vor mir ja ich will sie nicht mehr brauchen Ehe du bist der Händler und der Ehe Architekt ich bin doch vormort ich bin doch vor Ort ich bin doch auch er ist er mit ihrem praktischen und das gibt ein Jahr mehr von mehr Menschen und dann wird auch Federn und Hühnchen Hünchen Führung mehr und Hühnchen Fleisch das kann man dann packen zum gepackten die Schicken der Knack jetzt oder erst mal zurücklehnen muss jetzt so weit am Maus hier machen ich hab 70 Geld auch wiederum zu wie hört man so wie viel wie fährst du jetzt hallo ok hat sich gemütet so er war es ein kleiner Bruder naja ich glaube der wird 70 das ist für euch noch ein Stick hm lol bist du wieder da ja ich bin da ok wie viel haben wir jetzt Geld ähm 70 wie viel Style haben wir wie viel Style ja alles ja 100 ja 100 ähm ich glaube wir müssen noch mal gleich die Folge bewenden weil fängt schon wieder an bei mir herum zu ja ok dann würde ich sagen na gut das haben jetzt nicht die Folge geschafft ähm aber ich würde sagen nächste Folge schaffen auf jeden Fall das Hühnchen ähm dann warst du aber für die Folge wir werden uns über eine positive Bewertung freuen dann würde ich sagen ja ähm abonnieren wäre toll und tschüss tschüss schreibt es in die Kommentare wenn euch die Folge gefällt gebt einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video Ciao Outro